Yo liebe Freunde, da sind wir wieder zu Dead Island Riptide. Heute sind wir leider nur zu dritt, da unser Quoten-Neger irgendwie nicht am Start ist. Verschuldet. Ja, der ist in den Dschungel zurück. Gerne, ich bin wieder selber drauf gegangen. Danke. Schön. So wie sie es gehört. Ja, dann war ich mit diesem Namen selbst immer da drin. Okay. Gut. Aus um! Oh, da ist einer. Uh! Metz-Metzel. Mach'n Uschi hier lang. Fetzfetz. Uschi down. Was ist mit der Selbstmörder da oben? Ich komm' ja nicht hoch. Ach, da ist meine. Ja. Hast du ihn? Okay, er hat ihn. Wollen wir schön weggewogen. So. Wo bist du denn? Ach, Weg ist schon wieder irgendwie ganz ganz weit weg. Ja, wir müssen aber hier lang. Dann gehen wir mal zum Weg, wa? Müssen wir ja. Das ist ja noch allein, schafft's eh wieder nicht. Oh, hallo, Weg. Ich komm' ja klar. Wollt's schon sagen, tritt die Wand? Ja. Sagt halt so aus. Vorhin die Schnauze zu treten. Immer in die Fresse rein. Ich glaub der ist schon tot. Ja. Oh, ich hör' grad was. Das klingt wie ein Schläger. Ja. Soviel dazu. Auf die Karola. Er brennt. Er brennt. Und blutet. Und ist vergiftet. Was? Er hat ein Kröpfel und hat keinen Arm mehr. Immer auf den Kopf. Immer auf den Kopf. Wir versuchen grad die Beine wegzuschlagen, wenn's geht. Oh, das geht irgendwie nicht. Hab ich auch schon mal versucht. Aua, hat mich getroffen. Der kotzt schon wieder. Aua, Mist. Ah ja, ist weg. Oh, da gab's ne Axt. Ich hab' schon lange keine Aua. Ich bin wieder runtergefallen. Jetzt häng ich in den Blumen fest. Hallo. Musst du unten durchkriechen. Ich schiebe nur Blumenkind, oder wie? Ja. Da oben, Zombies. Da ist auch wieder... Wieder ein Schläger. Hier liegst du nur noch zwei. Ja. Oh mein Gott, da gibt's noch nicht viele. Warte, bleib, dass ich dir noch was hab. Aua, ein Infizierter. Ich zünd den wieder an mit meinem... Warte, ich muss nochmal aufladen. Warte, ich muss nochmal aufladen. Warum? Ich wollte eigentlich echt mal umtreten, aber es geht irgendwie nicht. Vielleicht werden wir alle drei... Ich hab schonmal einen umgedreht. Ja, ich hab auch letztens den... Oho, geil. So einen fetten umgedreht. Alter, ich bin glaube ich alle Stufen gerade runtergeflogen, wie es hier gibt. Jetzt brennt er. Geht weg. Er brennt. Wieso ist das ganz gut? Mit meiner... Mit meinem Spaten. Alter, der hält doch so bütig aus. Boah, ich bin gleich da. Nein, ich bren... Aua. Aua. Er hat mich getötet. Ne, ich hoffe. Wenn ich mich beeile, ich schaff's nicht. Komm, komm. Nitsch, Nitsch. Ja. Wird toll. 4.000 verloren. Ja. Ja, ich auch. Vor allem, ich treff ihn nicht mal. Ich steh über ihm und treff ihn irgendwie. Ich bin tot, Dick. Ich liege hinter dir. Falls mal. Ich bin aber gerade zu dir. Oh, fuck. Ihm wirds umgehauen. Ich wollte dich heilen. Ich hab mich gerade umgedreht. Ich wollte ihn auch heilen. Oh, er ist tot. Ich hab ihm gerade das... Was gibt? Ist nicht so schlimm. Manniger. Oh, 842. Immerhin. Wie nicht. Ja, was? Wir sollen zum Haus von Markus via Villa, via... Aber da waren wir doch schon mal. Ja, ich glaub auch. Und das war eigentlich bei uns hier. Also in diesen... In diesen Städtchen und nicht irgendwo anders. Keine Ahnung. Das verwirrt mich eigentlich. Hier ist wieder so ein... Eintremer... Affe. Nö. Also ich glaub, ich hab mit meinem Fuß schon mehr gekillt, als mit allen anderen Waffen zusammen. Aber Fuß ist einfach OP. Oh ja, das ist echt übertrieben. Ich hab halt nur... Leider... Irgendwie keine Munition mehr für meine Knaben. Geht schon mal ein Wagen für uns. Der Gärtner steht auf. Der Gärtner ist down. Im Anlauf reingesprungen und sofort umgedietet. Okay, erstmal was. Oh, eine Werkbank. Da muss ich ein bisschen was reparieren. Ich hab ihn in den Arsch getreten. So wie es sich gehört. Er hat irgendwas gedroppt. Na, Tauchermesse. Boah, ich kenn das... Ir... 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 Irn Krüppelteil, ja. Tauchermesse ist ne scheiße. Hier ist ne Dead Zone, können wir da rein? Können wir nochmal rein? Da waren wir schon mal. Da waren wir schon. Nein, eigentlich nicht. Weil ich hab eh... Für diese Klasse viel zu wenig Energy. Hast deine Energy noch nicht geupgradet? Ne, ne, ich kann ja nur... Wenn ich mit Schaufel oder so zuhaue, dann... Rückwärts. Wenn ich mit meiner... Anderen. Und was denn du? Na ja. Bist du ja mutig, ja? Und jetzt? Schön! Jetzt! Alter! Hey, ihr wart einfach zu schwer. Ich bin drun... Ja, 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 ja. Oh nein, nicht. Aber irgendwie häng ich hier fest. Hinter uns! Hey! Krass! So. 2500 hatte ich grad. Also 91 Meter, wir müssen eh in die Richtung, also... War schon richtig viel mit dem Auto hier hochzufahren. Boah, nö, ich bin durchs Wasser. Oh, die können muss er reichen. Ja, komm her! Hotze! Fuck you, hat meine gesagt. Ha, geil! Nettes Mädel. Mataka! Auf zu Mataka! Wollen wir das schon? Ja, warum schon? Oh, da gibt's ein paar Zombies von. Alter, 43.000 hat das abgezogen. Ja, das ist der Fuß. Ja, das ist aber echt. Der heilige Fuß. Ja, ne, wieso? Kannst du ihm halt den Kopf zerstören? Hab's dir doch umgekickt. Ja, hab's mir zu ganz schön gefickt. Geht's noch ein, geht's noch ein, geht's noch ein, geht's noch ein! Irgendjemand erdrinkt ja grad. Ach hier! Hey! Ja, noch mehr Reichenstellung bitte? Ja. Okay, wenn du das möchtest. Hier ist ein Boot. Ich will ein Boot. Aber wir brauchen nicht. Wir brauchen kein Boot. Kein Boot. Geh her hoch! Weißt du was ihr macht? Ja, ja, ja. Ich geh nochmal schnell gucken. Brauch ich was? Nö. Klaun Stacheldraht klauen. Hier muss ich auf jeden Fall. Rapper, we ran! Kannst du ja auch mal pimpen? Ja, gepimpt ist auch schon alles. Alle Waffen die ich jetzt habe. Hier steht! Treffen mit Einheimischen. Hadizi ist hier. Hadizi, ja. Oh je. So, was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Besser Nemo. Ach so, du. Quatsch, tschon. Ich frau ihm den Kopfkopf, dann helfe ich ihm. Okay, Medizin. Klingt ja gar nicht mehr so schwer. Ich werde die Garten öffnen. Wo soll er jetzt Medizin herkriegen? Ich spreche mit Hadizi. Toll. Jetzt müssen wir einfach wieder was suchen, oder was? Vonos ist ein Typ, den wir vielleicht retten können. Ja, sieht so aus. Ist ja blöd, jetzt müssen wir einfach Medizin suchen. Ach ne, da hinten gibt's ja was. Ich seh das, siehst du die Hand? Auf der Minimap? Da müssen wir hin. Äh, die ist denn... Warte mal, ich guck mal ob die Richtung... Ach hier! Such die Krankenstation. Ich hab's mal in meinem Inventory auf meiner Map markiert. 335 Meter. Wollen wir da hin? Ja, müssen wir auch mal. Ja. 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 Ab ins Boot! Oh Mann. Oh. Back there. Oh. Haha, der lebt. Hab ich... der lebt noch? Ja. Fuck. Du hast den Schaden gemacht, aber nicht gut. Ey, ich bin doch nicht tot. Fuck, Alter. Ich bin hier aus dem Boot raus. Ah, ich bin mal reingefahren. Hast du gesehen? Ich hab dich gegen das andere Boot gegenwacht. Haha. Litchi, fahr mal weiter. Du hast den Fett noch mal. Schau den Fett noch mal. Haben wir ihn? Immer noch nicht. Immer noch nicht? Doch, doch, doch. Ich bin tot. Scheiße. Das tut wie. Ja, die haben mich geschlagen. Ich werde hier hier rumspacken. Rumspacken? Wir haben die dicken... äh, äh, ja. Überfahren. Ja. Siehst du, einfach hier zu lenken, äh, zu wenden. Ah, Wicom, genau. So, raus, ja. Okay, ich hab was Goldenes gefunden an dem... Hast du gesehen? Ja, ja. Ja. Was denn? Was hast du denn? Das hier. Was denn? Brickett? Kommando, oder so. Okay. Ja, jetzt komm, lass uns mal die... Sachen besorgen. Vor allem gibt's jetzt Ziele, und dann hab ich... Hä? Was ist das denn? Suche die Krankenstation. Und dann gibt's hier drei Ziele. Seht ihr das da oben? Ja. Sammle... China-Rinden-Baum. Wir... Wir sollten aber hier lang. Und ich hab hier... Wartet doch mal. Bleib mal hier. Weil ich hab, wenn ihr auf die Minimap geht, also auf die Karte geht, dann habt ihr einen grünen Punkt unten in der... in der Stadt, wo wir grad eben waren. Da würde ich jetzt einfach mal hingehen. Suche die Krankenstation. Es wird die roten Teile abgehen, die Fahnen. Weil das sind deine Ziele von der Mission. Ja, aber hier ist ein grüner Punkt, deswegen. Das steht auch da. Suche die Krankenstation. Geh mal auf die Stadt unten. Hä? Was hab ich... Als durch dieses scheiß Wasser da zu baten? Hey, wir können ja hier hoch. Wo Cherno hoch ist. Hä? Cherno ist bei mir. Ich war da oben. Ich war da oben. Oh. Ich komme! Oh! Oh, süßen von Zombies. Ja, endlich. Ich glaube die sind weg. Was gibt's hier? Äh, kack. Metall-Base-Verschläger. Ich hasse Wasser. Ich hasse das Wasser, ja. Eine Katze? Was ist eine Katze? Hier hast du ein Wasser auch. Ach so. Ich dachte, hier gibt's mutierte Katzen oder so. Zombie-Katzen. Oh, ja. Da ist schon wieder so ein fetter Krüppel, ey. Und du kannst noch nicht mal umrennen. Du kannst noch nicht mal umrennen. Kann nicht. Warte. Du kannst von oben, nee. Ja, mach ich gleich. Ja, doch. Ich denke schon, dass es geht. Oh, hier ist ein Fetter. Uh. Ja. Cherno, guten Morgen. Das ist für lange. Ach, zur Hölle. Tod? Ja. Warte mal. Ich kann ja nicht rennen. Scheiße, ich hab'n Zombie. Ah! Fuck! Ich hab'n Fetten am Arsch. Ich hab'n Fetten am Arsch. Ich hab'n ja aber umgeworfen, wo ich den durchgemacht hab'. Ne, den Fetten kann ich nicht umwerfen. Der ist bei mir, der kotzt die ganze Zeit hier auch nicht. Ach, ich war richtig total. So wie du's magst. ich komme ja sind nein schuldig kam jetzt hauten rum oder so der stelle dahinter das kommt nicht dahin ich bin aufgestiegen aufge aufgestiegen waffenfähigkeit steigt schneller können wir eine hand machen was machen wir denn jetzt 89 meter in diese richtung ist das erste ziel user join your channel lol wer kommt denn da doch mitten in der aufnahme rein mitten in wir uns unser bimbo ist da endlich zu anfangen noch angesprochen das thema der wurde schon von mir der wurde schon vermisst ja jetzt kommt der nega ist wieder alles gut effekt unsere gruppe wieder vollständig hier so muss es sein wartet mal auf mich bitte ich bin ja 30 gm wegkommt echt leid dass wir ohne dich schon angefangen haben ja wir wussten nicht wann du kommst deswegen ist doch ein happy end er ist da happy beginning geht ja jetzt los warum laufen wir nicht auf die straße ist so viel einfacher was ist die schöner gibt es leichen zu zermanschen ich lauf hier oben lang bin gleich in 100 meter kommt mal hierher bitte hier gibt es noch leichen zu zermanschen kannst du hier vorne hochlaufen glaube ich oder ja versuch es hier gerade irgendwie lässt er mich nicht hä ich komme nicht mal über den taun hier drübe musste guck mal hier oder halt auf der anderen seite ja wir müssen irgendwelche baumrinden finden hey vor allem baumrinden ach so hier wir sind schon bei der ersten baumrinde gerade müssen wir mal hier ja er ist für mich, der spider ist für mich ähm kann es sein dass die einstellung falsch sind da ist nämlich ein spieler drauf der ja auch nicht zu uns gehört echt ich finde es ist G-Face sorry G-Face G-Face Bullshit mein alter G-Face Wann ist die G-Face bei uns ist ein fetter so ein Schläger fetter Schläger? jetzt wartet mal wir müssen hier hoch ne ja ne ne wir sind doch schon weg wir sind doch schon hier bei dem ersten Ziel also 37 hätte ich hier wir sind selbst gerade hinter euch wir sind selbst gerade hinter euch hinter euch sind selbst leider dann hauen wir um ich seh ja keinen er hat mich grad gebashed hä wo bist du denn bitte die Geist ist da da wo ich jetzt lang laufe gehts lang ja da ist ein Selbstmörder ne bei Wimbo Jones war einer wow ich hab auch einen also ich geh jetzt hier hoch weiß was ihr macht da hier hoch zu dir sofort sehr ne sehr ne oh sehr ist ne Bimbo Chain Bimbo Chain Bimbo Chain der Haus Zombies Zombies Tote Zombies alles Tote Zombies ich hab China Rinden Baum Rinde vor allem ist es China Rinden Baum Rinde was ist denn das? genau da ist ne Rinde über der Baum Rinde ja irgendwie können wir wieder runter die kommt aus China ja hier 48 45 Meter der nächste hier über den Zaun drüber Leute over the Zaun ei 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 wartet mal der coole Kumpel da hinten ist noch ganz allein nicht dass er sich wieder töten ist oh die stehen alle auf cool oh sehr nice ich hole den Selbstmörder langsale nachher liegen sie neben ihm nachher das sagt Vic ja was sag ich ich hole den Selbstmörder ach ne das war Ciano 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 hat das mal geholt ja genau Ciano hat das gesagt mein Fehler was was hab ich gesagt du hast gesagt ich hole den äh den Selbstmörder und dann bist du dann ne das hab ich nicht gesagt weil du genau neben ihm standest als er explodiert ist achso ja ich bin da runter gefallen ich stand da neben dem ich mach euch mal Licht guck mal ich mach euch nicht hehehe Alter was geht denn hier ab mit dem Übertrieb oh der lebt ja oh ah ein brennender infizierter das ist glaube ich nicht gut oh ihr geht nicht Party ja und ich bin dich ach ne alter hier geht weiterhin Party so von hinten kommt der Pass Party 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 Alter ich trete ihn und der schlägt mich trotzdem wie geht das wuhuhu beeilung ich kann nicht ich war ja schon oben für die aber ich konnte nicht ich war wahrscheinlich schon irgendwie weg achso So sorry! So! Neutodes! Es ist schon wieder so weit. Du solltest kaum glauben. So, naja dann. Bis zum nächsten Mal. Oh, bis zum nächsten Mal.